Heute habe ich wieder mal die Möglichkeit, dass ich baden gehen kann. Und da gehe ich eben sehr gerne an die Türlose. Und darum steige ich ins Post-Auto ein. Zwei... 23. Und nehme natürlich Platz. Meistens hat es viele Leute. Kinderwagen, ältere, ältere Leute. Und natürlich auch ich. Und wenn ich Glück habe, kommt der Markus auch mit. Und dann setze ich mich hier am liebsten etwas hoch. Weil dann habe ich einen kleinen Überblick. Weil es ist ja doch eine schöne Fahrt. Und jetzt freue ich mich riesig, wenn ich absitzen kann im Post-Auto. Und nachher gehen und die Erfrischung. Und es ist so schön im Türlose. Auch wenn es ein bisschen mehr Leute hat. Aber man schwimmt raus und man hat das Gefühl, man ist ganz alleine mit der Natur. Und kann sich bestens erholen. Und dann das Gefühl, das ist mir nicht schön.